Diese wunderschöne Ford Kuga Titanium TDCi könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Der Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Die Karosserielinie wirkt sportlich und dynamisch flach. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. 17 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fahrersitze mit Lederstoffpolster bieten viel Komfort. Fußmatten und Einstiegszielleisten gehören dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Kuga schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Navigationssystem gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync 3. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Kuga Titanium TDCI und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Okay. Okay. Gäste undsec法. quoted in Kapitel 1 AGone zehn